Den aktuellen Bärenmarkt habe ich genutzt, um vier neue Portfolios aufzubauen. Drei davon bestehen aus ETFs. Heute schauen wir uns das vierte an, in dem ausschließlich Aktien enthalten sind. Welche Titel ich ausgewählt habe und worauf man bei einem Einzelaktienportfolio achten sollte, das klären wir jetzt. Los geht's! Ein Einzelaktienportfolio zu erstellen ist deutlich schwieriger und zeitintensiver als ein einfaches ETF-Portfolio aufzubauen. Hierfür benötigst du mehr Kapital, mehr Wissen und mehr Zeit. Vorausgesetzt, du möchtest breit streuen und eine solide Rendite erzielen. Da bei einem solchen Portfolio meistens wenige Titel für einen ganzen Sektor oder eine ganze Branche stehen, sollten diese Unternehmen auch eine gewisse Marktmacht haben. Häufig spricht man von Burggrabenaktien, Qualitätsaktien oder auch Aktien für die Ewigkeit. In solch einem persönlichen Portfolio muss aber nicht zwingend jeder Sektor abgebildet werden. Bei meinem Musterportfolio fehlt beispielsweise der Finanz- und Energiesektor. Erzielen diese Sektoren aber eine Überrendite, was ja aktuell bei Energietiteln der Fall ist, würde uns diese Performance außen vor bleiben. Aus wie vielen Einzelaktien muss jetzt so ein Portfolio bestehen? Auf diese Frage gibt es keine klare Antwort. Einige sagen, dass es bereits ab 10 Aktien möglich ist, ein solides Portfolio aufzubauen. Andere sprechen von bis zu 100 Titeln. Klar ist, je weniger Aktien enthalten sind, desto höher ist deine Abhängigkeit von einem Einzeltitel und desto mehr verlierst du, wenn eine einzelne Aktie sehr schlecht performt. Investierst du in sehr viele Unternehmen, verteilt sich das Risiko. Wir diversifizieren mehr, wie bei einem ETF in Miniaturform, aber müssen uns gleichzeitig mit viel mehr Unternehmen beschäftigen. Im Optimalfall schaut man sich bei einem Einzelaktienportfolio regelmäßig die Earnings und News der Unternehmen an, um festzustellen, ob der ursprüngliche Investment Case intakt ist und das Unternehmen nicht in eine Schieflage gerät. Wir sehen also, es ist komplizierter, zeitaufwendiger, bedarf mehr Kapital und das Risiko ist höher, als wenn man einen breiten Index mithilfe eines ETFs abbildet. Dennoch liebe ich es persönlich, Teil einiger toller Unternehmen sein zu dürfen und somit an der Wirtschaft zu partizipieren. Investiert man viel Zeit in ein solches Portfolio, lernt man extrem viel über wirtschaftliche Zusammenhänge und die jeweiligen Unternehmen. Bevor wir uns jetzt meine 15 Aktien anschauen, gebe ich einen letzten Rat. Investiere nicht nur in Einzelaktien, sondern kombiniere ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio, bestehend aus einem, zwei oder drei ETFs mit Einzelaktien. So bist du auf der sicheren Seite. Selbst wenn du ein schlechtes Händchen bei der Einzelaktienauswahl hattest, hast du immer noch deinen ETF-Anteil als Basis deines Portfolios. Kommen wir nun zu meinem Portfolio. Der größte Sektor meines Portfolios ist wie bei einem normalen MSCI World ETF natürlich der Tech-Bereich, dicht gefolgt vom Gesundheitswesen. Für folgende vier Aktien habe ich mich entschieden. Dazu zählen zum einen die beiden größten Unternehmen der Welt, also Apple und Microsoft, sowie der Aufsteiger Nvidia, der bereits wertvoller als Meta ist und meiner Meinung nach in Zukunft zu den größten fünf Playern gehören könnte und ASML, ein niederländisches Unternehmen, welches als weltweit größter Anbieter von Lithographie-Systemen für die Halbleiterindustrie gerade in den letzten Jahren von der hohen Nachfrage profitiert hat und mittlerweile das drittwertvollste europäische Unternehmen nach Nestlé und Roche ist. Mit diesen beiden wollte ich einen Fuß in die Halbleiterbranche, wie auch in Datacenter und Grafikprozessoren setzen. Apple verstehe ich in diesem Portfolio nicht als reinen Hardware-Verkäufer von iPhones, Macs und AirPods. Dieser Bereich kann auf lange Sicht nicht immer so weiter wachsen und wird irgendwann ein Limit erreichen, auch wenn er gutes Cash in die Kassen spielt. Nichtsdestotrotz gibt es hier noch viel Potenzial bezüglich AR und VR-Brillen. Viel spannender ist es aber, Apple als Plattform zu betrachten, in der Privacy eine große Rolle spielt. Immer interessanter wird der Bereich Apple Pay, die vor kurzem angekündigte Funktion Apple Pay Later und zum anderen wird ja immer wieder spekuliert, dass Apple irgendwann ein Apple Car vorstellen wird. Ob es dazu kommen wird, keine Ahnung. Was allerdings deutlich wird, ist, dass Apple CarPlay zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Auch bei Microsoft gefällt mir die breite Diversifizierung. Wir haben nicht nur die Aboerlöse aus der Office-Produktlinie, sondern auch LinkedIn, die Cloud, den Verkauf von Hardware und auch im Gaming-Sektor ist Microsoft mit Xbox stark vertreten. Also haben wir hier einen schönen breiten Tech-Mix, der nicht nur auf Nischenbranchen spezialisiert ist. Im Gesundheitswesen habe ich mich für den Misch-Konzern Danaher entschieden, zu dem mehrere hunderte Unternehmen zählen. Neben einem starken Fokus auf Diagnostik und Biowissenschaften steckt in Danaher auch einiges an Umwelttechnologie und Wasser drin. Vor allem im Bereich der Trinkwasseraufbereitung. Daneben gehören für mich klar Novo Nordisk sowie Johnson & Johnson in diesem Bereich. Novo Nordisk steigert seit 20 Jahren die Dividende, ist führend im Bereich Diabetes und deckt 50% des weltweiten Insulinbedarfs ab. Das ist leider, wenn man das so sagen kann, ein Wachstumsmarkt. Umso besser, dass es gute Lösungen für alle Erkrankten gibt. Daneben liegt der Fokus von Novo Nordisk auf anderen schweren chronischen Erkrankungen wie Adipositas, Wachstumsstörungen und Hämophilie. Johnson & Johnson ist einer unserer Dividendenkönige im Portfolio mit einer Dividendensteigerung seit mittlerweile über 60 Jahren. Mit zahlreichen Produkten der bekannten Marken wie BB, Dolomin, Hexoral und vielen weiteren ist Johnson & Johnson ein weltweit tätiger Pharmazie- und Konsumgüterhersteller, der, wie wir gesehen haben, auch mal eben einen Impfstoff auf den Markt bringen kann. Für den Sektor Nicht-Basis-Konsumgüter habe ich mich für ein wenig Luxus entschieden. Einmal LVMH und Essilor Luxottica. Beginnen wir mit den bekannten Unternehmen. Zu LVMH zählen Domperion, Louis Vuitton, Dior, Cancel, Guedard, Tiffany, Bulgari, Hublot und noch viele weitere hochwertige Marken, die trotz Corona-Krise, trotz Inflation und weiterer Probleme weiterhin ziemlich gut verkauft werden. Bei diesen Luxusmarken sind Preissteigerungen auch leichter umzusetzen. Wer genug Geld hat, gibt gerne mal ein paar hundert Euro mehr aus. Auch wenn man langfristig ein Auge auf Schiene haben sollte bezüglich irgendwelcher Verbote vom Kauf ausländischer Luxusmarken, hat LVMH mehrfach bewiesen, wie stabil der Konzern ist. Ein wenig Luxus gibt es auch bei Essilor Luxottica. Das Unternehmen ist nämlich der weltweit größte Hersteller von Mode, Luxus und Sportbrillen, wozu unter anderem die Brillen von Armani, Ray-Ban, Burberry, Bulgari oder Chanel gehören. Das klingt zwar interessant, würde aber nicht Grund genug sein, die Aktien ins Portfolio aufzunehmen. Essilor und Luxottica waren ursprünglich zwei Unternehmen. Luxottica ist der eben erwähnte weltweit größte Brillenhersteller, Essilor hingegen ist die Nummer 1 bei Brillengläsern. Und hier wird es spannend. Vor kurzem wurde nämlich die Übernahme von Grand Vision, einem europäischen augenoptischen Einzelhandelsunternehmen, bestätigt. Die Anzahl der Brillenträger steigt von Jahr zu Jahr, also kann es nicht schaden, ein Unternehmen wie Essilor und Luxottica im Portfolio zu haben. Als nächstes folgen die Basiskonsumgüter, Nahrungsmittel und Haushaltswaren, also das, was man zum Leben braucht, egal welche Krise herrscht. Hier habe ich mich für zwei solider, aber dennoch wachstumsstarke Dividendenaktien entschieden, die ich schon sehr lange in meinem persönlichen Depot habe. Procter & Gamble und Pepsi sind beides Dividendenkönige und gehören für mich in jedes breit aufgestellte Portfolio. Bei PepsiCo muss man ein bisschen darauf achten, dass das Unternehmen nachhaltiger wird, weniger Plastikmüll verursacht und auf den Zucker achtet, aber da bin ich optimistisch. Kommen wir nun zum Sektor Industrie. Hier war die Auswahl etwas schwieriger. Zum einen wollte ich die Landwirtschaft und auch die Zukunft der digitalen Landtechnik abbilden. Da wir in Zukunft aufgrund von Dürren und Überflutungen große Probleme bekommen, genug Menschen zu ernähren, muss dieser Bereich optimiert werden. Für und ist DIA. Ein vermeintlich langweiliges Unternehmen, das Traktoren verkauft, doch der Schein trügt, hier steckt viel mehr Technologie drin, als man denken mag. Vor allem nach einigen Übernahmen von Smart Farming Unternehmen wie Bear Flag Robotics. Das zweite Unternehmen ist Itoshu, ein weiterer Mischkonzern, mit dem ich meinen Japan-Anteil im Portfolio füllen wollte. Fehlen noch zwei Aktien. Die eine zählt zum Sektor Immobilien, ist auch als REIT gelistet und wurde von mir bereits mehrfach vorgestellt. Ich habe mich für American Tower entschieden, da 5G und 6G und was noch immer kommen wird, meiner Meinung nach langfristig von zentraler Bedeutung sein wird. American Tower ist eben ein Betreiber solcher Funkmaste mit über 14.700 Standorten weltweit. Das ist schon ein kleiner Burggraben. Zugegebenermaßen gab es noch weitere interessante REITs, auf die ich in diesem Portfolio leider verzichten musste. Da wären unter anderem noch Logistik-Immobilienbesitzer und auch Rechenzentren sehr interessant gewesen. Man kann aber auch nicht alles haben. Zu guter Letzt eine ursprünglich deutsche Aktie, die zwar mittlerweile in Irland gelistet ist, aber nach wie vor den DAX anführt. Die Rede ist natürlich von dem Chemie-Industriegasunternehmen Linde, das zwar sportlich bewertet ist, aber im gleichen Zug auch Jahr für Jahr liefert und in einem Markt agiert, in dem nur zwei Konkurrenten mithalten können. Nämlich Air Liquide aus Frankreich und Air Products and Chemicals aus Amerika. Ich persönlich bin zwar etwas skeptisch, was die Zukunft von Wasserstoff angeht, vor allem bezogen auf Autos. Aber mit Linde im Depot würde man bei einem Durchbruch der Technologie an dem Erfolg und Wachstum partizipieren. Das waren die 15 Aktien meines Portfolios. Wie gesagt, ist es mir teilweise schwer gefallen, einige gute Aktien nicht zu berücksichtigen, aber dennoch ist das hier meine aktuelle Top 15. Momentan kommt ca. 60% aus Amerika, also sogar weniger als bei einem MS-Year World. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass viele der US-Aktien auch im Ausland Umsatz erwirtschaften. Schauen wir uns abschließend die Performance seit dem Kauf am 16.06. an. Ich habe dieses Portfolio natürlich wie alle anderen am gleichen Tag aufgelegt. Und es kommt noch ein abschließendes Video, in dem wir uns all meine Portfolios mal genauer anschauen und die Entwicklung vergleichen. Darauf freue ich mich schon sehr. So, wir sind aktuell 15,97% im Plus. Es waren auch, ja, sehr gute Wochen und Monate. Es gab zwar immer wieder so kleine, leichte Rückschläge, wie wir hier sehen können, aber alles in allem ist der Markt aktuell, ja, sehr positiv gestimmt, obwohl die Krise noch längst nicht vorbei ist und es natürlich weitere Rückschläge geben könnte. Hier auf der rechten Seite sehen wir den Vergleich zum S&P 500 und dem MS-Year World. Aktuell liegen wir sehr gut vorne, aber das ist natürlich nur ein sehr, 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 sehr kleiner Ausschnitt. Also in einem, zwei, drei, vier, fünf Jahre können wir nochmal darüber sprechen. Und wenn es dann nach wie vor so aussieht, dann habe ich sehr gut gepickt. Aber das ist natürlich nur, wie gesagt, ein kleines Zeitfenster. Einige Unternehmen haben auch schon Dividende ausgeschüttet. Bei einem so großen Portfolio kommen dann sehr schnell mal dreistellige Dividendenzahlungen pro Monat mal rein. Das ist natürlich sehr schön, aber langfristig ist die insgesamte Performance der Einzelaktien natürlich deutlich wichtiger, als wenn man alle Gewinne ausschüttet. Aber ich habe ja auch schon gesagt, hier sind einige Dividendenkönige drin. Also da freut man sich natürlich auch über die Dividende. Am besten performt hat Apple und Apple hat natürlich wieder super abgeliefert und ich freue mich eigentlich immer wieder über die Zahlen von Apple. Apple war eben nicht ohne Grund lange Zeit das wertvollste Unternehmen der Welt und ist für mich auch nach wie vor das wertvollste Unternehmen der Welt. Ein Konzern aus Saudi-Arabien spielt da für mich keine Rolle. Wir sehen in diesem Portfolio aktuell durchwegs positive Renditen, auch wenn einige der Unternehmen in diesem Portfolio bei den letzten Earnings nicht so gut abgeschnitten haben. Aber das spielt auch gar keine Rolle, die langfristige Perspektive zählt. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Ich hoffe, dir hat meine Portfolioserie allgemein gefallen. Wie gesagt, es folgt jetzt noch ein Video, dem wir uns all meine Portfolios anschauen. Und dann gibt es wieder ein monatliches Review meines Community Portfolios. Da werde ich auch wieder nachkaufen und über die Unternehmensnews sprechen. Da gibt es einiges, das ich nachholen muss. Und ja, diese anderen Portfolios, die ich jetzt für diesen Crash aufgebaut habe, werden wir uns dann alle paar Monate mal anschauen. Und ja, dann überprüfen, ob ich einen guten Zeitpunkt und gute Aktien bzw. ETFs ausgewählt habe. Ich hoffe, dir geht es gut. Wir sehen uns in Zukunft wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.